Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass Du mir Deine Lebenszeit schenkst für diesen Lebenskraft-Podcast. Hier geht es um Dich, um Deine Gesundheit, um Deine Vitalität und natürlich darum, dass Dein Leben noch schöner wird und Du vor allen Dingen die beste Version von Dir entfachen kannst. Jetzt gerade, wo ich diesen Podcast aufnehme, sind wir mitten in dieser Corona-Krise und man hat das Gefühl, 2021, wir haben jetzt Winteranfang, dass diese Krise noch viel, viel schlimmer geworden ist als letztes Jahr. Und der Grund, warum ich diesen Podcast heute aufnehme, ist, dass so unendlich viele Menschen mich angeschrieben haben und haben nicht nur darum gebeten, Kerstin, kannst Du nicht noch mal was dazu sagen, beziehungsweise kannst Du uns nicht noch mal ein bisschen Mut machen, sondern ich habe auch ganz viele Zuschriften bekommen von Menschen, die momentan so in der Angst sind, in der Verzweiflung sind. Und meine Aufgabe als Coach, als Gesundheitscoach, besteht natürlich auch darin, Dinge aufzuzeigen, dass Du eben nicht das Opfer bist und Du sehr wohl ganz viel tun kannst. Und heute geht es um Dein Immunsystem. Es geht um Deine Gesundheit, was Du tun kannst, um Dein Immunsystem zu stärken, um Deine Gesundheit zu stärken. Und vor allen Dingen, dass Du sehr wohl eine ganz große Chance hast, selbst etwas tun zu können. Und Du musst nicht einfach nur abwarten, bis irgendwelche Regierungsmitglieder irgendetwas beschließen, in der Hoffnung, dass das die Lösung ist, um aus dieser Pandemie rauszukommen. Und weißt Du, es gab eine Aussage und vielleicht hast Du diese Aussage auch mitbekommen, weil Du vielleicht die Tageszeitung liest, das war auch überall in den sozialen Medien. Da hat unser ganz toller Gesundheitsminister eine Aussage getätigt und das war eine ganz große Headline. Es wird in der Zukunft nur noch Genesene, Geimpfte oder Tote geben. Ich wiederhole das nochmal. In der Zukunft wird es nur noch Genesene, Geimpfte oder Tote geben. Füll da mal rein. Was macht es mit Dir? Was macht es mit den Menschen? Ist es erbauend? Ist es kraftvoll? Die Menschen werden durch solche Aussagen derart in die Angst getrieben. Und das ist ja alternativlos. Denn was uns hier suggeriert wird, ist, dass wir arme, schwache Wesen sind, die gar keine andere Chance haben, irgendetwas zu tun, außer sich impfen zu lassen. Und ob Du Dich impfen lässt oder nicht, das ist Dein gutes Recht und da will ich auch gar nicht drauf eingehen. Aber das bedeutet auch, und auch das hat unser Gesundheitsminister gesagt, dass die Genesenen selbstverständlich sich danach auch impfen müssen und dass Du alle sechs Monate ein Leben lang eine Booster-Impfung brauchst, quasi ein Impf-Abo benötigst. Lass Dir das einfach auf der Zunge zergehen. Ein Impf-Abo Dein ganzes Leben lang? Alle sechs Monate? Das wäre ja auch gar kein Problem, wenn diese Impfung überhaupt gar keine Nebenwirkung hätte. Es wird so getan und das ärgert mich, als wäre das eine Zuckerlösung, die eben gar keine Nebenwirkung hat. Und ich betone das jetzt nochmal, ob Du Dich impfen lässt oder nicht, steht hier nicht zur Debatte, sondern es geht mir um die Hoffnung, um Zuversicht, um gute, spendende, kraftspendende Worte von einem Regierungsmitglied, von einem Gesundheitsminister, die ich wirklich vermisse. Und heute geht es in diesem Podcast nicht um diese Spaltung, da habe ich gar keine Lust drauf. Nicht darum, ob geimpft oder nicht geimpft, sondern es geht darum, was kannst Du tun, damit Du mehr machst, als nur zu warten, bis irgendwie ein angeblicher Stoff kommt, der enorme Nebenwirkungen hat, der Dich retten soll vor Viren, beziehungsweise vielleicht dann auch noch in der Zukunft vor Bakterien oder anderen Dingen, wie auch immer. Und das ist mir einfach zu wenig. Denn Du wirst irgendwann zum Dauerkonsumenten und dies, was uns gerade suggeriert wird, ist für mich keine Lösung. Und es ist auch per se falsch. Und das möchte ich Dir in diesem Podcast einfach nochmal liebevoll mit auf den Weg geben, dass Du sehr wohl Dein Immunsystem stärken kannst und dass Du sehr wohl eine ganze Menge tun kannst. Und der erste Schritt ist mal, dass Du anfängst, rauszugehen aus der Angst. Denn immer dann, wenn Du weißt, Du kannst selbst etwas tun, Du kannst selbst etwas machen, um Deine Immunabwehr zu stärken. Das macht Hoffnung. Und das gibt Dir auch Zuversicht. Im Übrigen möchte ich Dir im Zuge dessen, bevor ich darauf eingehe, was Du tun kannst, auch nochmal ein paar Impulse mit auf den Weg geben. Wenn es diesen Regierungsmitgliedern so sehr um unsere Gesundheit gehen würde, hast Du Dir schon mal überlegt, warum es keinen Zehn-Punkte-Plan gibt, wie wir unser Immunsystem stärken können? Hast Du denn irgendwann mal davon gelesen, dass die Regierungsmitglieder diesen Zehn-Punkte-Plan ja als Pflichtaufgabe für jeden Bundesbürger aufgestellt haben, weil es wissenschaftlich bewiesen natürlich so ist, dass wir eine ganze Menge tun können? Hast Du da schon mal was von gehört? Ich zumindest nicht. Und im Übrigen, mittlerweile müsste bei jedem angekommen sein, dass gesunde Nahrung den Menschen aufbaut, dass schlechte Nahrung dem Menschen Energie aus dem System zieht und den Menschen auch krank macht. Und weißt Du, wo Du die schlechteste Nahrung überhaupt findest? Jetzt, denk mal drüber nach, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen. Und gab es da nicht so viele, die in diesen Krankenhäusern und auch in den Pflegeheimen von Corona heimgesucht worden sind, beziehungsweise dort im Krankenhaus dann therapiert worden ist? Hast Du schon mal gehört, dass hier in irgendeiner Form ganz speziell für diese Menschen eine vitalstoffreiche, gesunde Nahrung verabreicht worden ist, die so gesund ist, die Lebensqualität Kraft spendet, um den Körper aufzubauen? Nein. Und weißt Du, ich bin ja vielleicht auch so ein bisschen, naja, wütend auf diese ganze Geschichte. Und nochmal, es geht hier nicht um Impfungen, ja oder nein, sondern es geht darum, dass hier nur von einer Seite geschaut wird und alles andere wird weggelassen und das ist nicht in Ordnung. Und Nahrung hat so einen gigantischen Einfluss. Auch hier hätten viele, viele Tote vermieden werden können, hätte man in diesen Krankenhäusern und in den Pflegeheimen dafür gesorgt, dass hier die Menschen durch Nahrung auch unterstützt werden. Und denke da einfach mal drüber nach. Was kannst Du jetzt tun? Was kannst Du aktiv tun, um Deine Immunabwehr zu stärken? Und der erste und wichtigste Schritt ist natürlich auch in Deinem Körper, dass Du dieses Organ stärkst, wo Deine Immunabwehr, ich sag jetzt mal, sein Zuhause hat, nämlich Deinen Darm. Dein Darm ist ein gigantisches, großes, mächtiges Organ und Dein Darm als solches kannst Du unterstützen oder Du kannst dafür sorgen, dass Deine Darmflora und Deine Darmschleimhäute immer kränker werden und immer mehr ins Ungleichgewicht kommen. Und Top Nummer 1, was Deinen Darm extrem in Mitleidenschaft zieht und zerstört, ist neben Antibiotika und dem Antibiotika-Fleisch, wo das Antibiotika nämlich drin ist, natürlich auch Zucker und Konservierungsstoffe. Und das, was konserviert wird, was Du vielleicht in Deinem Kühlschrank liegen hast, hat einen Einfluss auf die Bakterien und nämlich auf die gesunden Bakterien auch in Deinem Darm. Deswegen sind auch Nahrungsmittel, keine Lebensmittel, Nahrungsmittel, die viele Konservierungsstoffe enthalten, per se eine Katastrophe für Deinen Darm. Und diese ganze Übersäuerung und der Mineralstoffmangel, der durch schlechte Nahrung entsteht, sorgt dafür, dass Dein Darm immer mehr ins Ungleichgewicht kommt. Und wenn er ins Ungleichgewicht kommt durch Nahrung, dann entstehen Bakterien, die da nicht hingehören. Das sind nämlich in Anführungszeichen die Bösen. Und es entstehen natürlich auch Pilze, wie zum Beispiel der Candida-Pilz, der, wenn er groß genug geworden ist, eben auch Myotoxine ausscheidet, also sprich Giftstoffe ausscheidet. Und das wiederum zerstört auch Deine Flora und die Darmschleumhäute. Du hast das selbst in der Hand durch das, was Du jeden Tag isst. Und wie wäre es denn, wenn Du ab heute, nicht ab morgen, nicht ab übermorgen, sondern ab heute ganz bewusst darauf achtest, dass Deine Nahrung eben auch Deine Medizin ist. Und ganz weit vorne, was Dein Darm liebt, ist natürlich frisches Obst und Gemüse. Und ich rede jetzt nicht von, ich sag jetzt mal Trauben und einer halben Tonne Bananen, wo extrem viel Glucose drin ist, also sprich Zucker, sondern ich rede eben von einem guten Winterapfel am Morgen. Ich rede auch mal von Pflaumen. Aber vielleicht willst Du Dir auch zwischendrin mal ein paar Beeren gönnen. Oder Du hast einfach Lust, mal Granatäpfel zu probieren. Unglaublich gesund putzen im Übrigen Deine Arterien und so weiter. Und das Gemüse enthält so viele Belaststoffe, das liebt Deinen Darm. Nüsse, Saaten, pflanzliches Eiweiß, fermentiertes Soja, das alles baut Deine Darmflora und vor allen Dingen das Milieu komplett auf. Wenn Du Alkohol, Antibiotika-Fleisch und vor allen Dingen Zucker und dieses ganze Fastfood eben weitgehendst vermeidest. Und hier hast Du sehr wohl einen gigantischen Einfluss. Und das kannst Du jeden Tag, jeden Tag verändern. Stück für Stück und ein kleines bisschen mehr. Und ich möchte Dich wirklich dazu ermutigen, dass die Nahrung ab heute Deine Medizin wird. Und dass es nicht einfach ist, es umzustellen, ist mir klar, weil ich viel Erfahrung habe und es seit vielen Jahren mache und Menschen dazu helfe. Aber geh in Deinem Tempo vor, nimm es Dir vor. Es gibt so viele leckere, schmackhafte Gerichte und so viele tolle Köstlichkeiten. Und ich verspreche Dir, Du wirst dabei auch gar nichts vermissen, wenn Du Dir die Chance gibst, einfach mal diese pflanzenbasierte, ballaststoffreiche Bio-Photonennahrung in Deinen Alltag zu integrieren. Es gibt aber noch mehr, was Dir stärkt. Und im Zuge dieser ganzen Covid-Krise gab es viele, viele Studien, auch zum Thema Vitamin D. Ich habe dazu schon einen Podcast gemacht, aber es gibt ganz klare Zusammenhänge zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und einer hohen Mortalität, auf gut Deutsch Sterblichkeit. Und im Winter ist es Pflicht, dass Du Vitamin D zu Dir nimmst. Und weißt Du, in dem Moment, wo Du mal Deinen Vitamin-D-Spiegel auch messen lässt, das gibt es überall, auch in Apotheken kannst Du es messen lassen, zumindest bei uns hier in Königstein, ja, geh mal zu Deinem Arzt. Ein hoher Vitamin-D-Spiegel ist Pflicht und der muss zwischen 60 und 80 Nanogramm liegen. Erst dann hast Du einen wirklich großartigen Schutz. Menschen mit schwersten Verläufen hatten teilweise unter 10 Nanogramm. Das ist zu wenig. Und bei 20 ist es auch noch nicht ausreichend. Deshalb achte auch darauf, dass Dein Vitamin-D-Spiegel eben ausreichend ist. Und ich könnte jetzt ohne Punkt und Komma Dir noch ganz viele Dinge erzählen zu diesem ganzen Thema Nahrung, aber es gibt andere Faktoren, die auch einen enormen Einfluss haben auf Dein Immunsystem und auf Deine Gesundheit. Und da steht und fällt alles mit Deinen Emotionen. Und jetzt fühl doch mal da rein, jetzt in diesem Moment. Und lass Dir noch mal die Aussage von Herrn Spahn durch den Kopf gehen. Es wird nur Genesene, Geimpfte oder tote Menschen geben. Wie fühlt sich das an? Wird Dein Herz dann weit oder wird Dein Herz eng? Und ich denke, Du wirst mir zustimmen, dass Dein Herz dann eng wird. Und das ist nicht die einzige Aussage, die einzige Headline, die man überall liest, sondern die Menschen werden, ja ich sag jetzt mal, in die Angst getrieben. Sie sind schon fast alle in der Notzeitstimmung und ganz viele Menschen, die mir geschrieben haben, sagen, sie kommen überhaupt nicht mehr mit den Gedanken runter. Und das Erste, was Du jetzt für Dich begreifen darfst, ist, dass Dein Hirn sich daran gewöhnt an diese negativen Dramen. Und je häufiger Du diese negativen Dramen Dir durchgelesen, gelesen oder am besten noch im Fernsehen mit irgendwelchen gruseligen Bildern angeschaut hast, desto intensiver braucht Dein Gehirn wieder dieses Drama, diese Sucht nach der nächsten negativen Nachricht, nach dieser nächsten negativen Emotion. Und es gibt Wissenschaftler, die haben das untersucht und die haben gesagt, Du kannst in 90 Sekunden, ja 90 Sekunden, kannst Du alle Headlines beziehungsweise Informationen bekommen, nicht die Headlines, aber die Informationen, die ausreichend sind, um Dich zu informieren. Mehr brauchst Du gar nicht. Stell Dir mal vor, Du gönnst Dir das jeden Tag. Im Übrigen, so mache ich das auch. Bei mir ist es ein bisschen mehr als 90 Sekunden, weil ich auch noch alternative Medien mir eben auch anschaue. Aber es reicht aus, um Dich zu informieren. Und vielleicht wirst Du mir auch zustimmen, dass in dem Moment, wo Du diese Bilder aus dem Fernsehen bewusst weglässt und diese Katastrophenmeldungen bewusst weglässt, sondern Dich kurz und knapp informierst, Du weniger negative Emotionen in Deinem System aufbaust. Denn durch die Emotionen entsteht Stress und Stress trosselt die Immunabwehr oder schaltet sie vollständig ab. Denke mal darüber nach. Du hast das selbst in der Hand und Du brauchst Menschen. Und das ist der nächste Tipp. Buddies, die mit Dir gemeinsam am Strang ziehen, die mit Dir gemeinsam erbauende Gespräche führen, Du mit Deinem Buddy und umgekehrt. Suche Dir diese Menschen. Die findest Du auch in meiner Community. Ich kann Dir immer wieder nur diesen Impuls geben. Komme zum Beispiel zu Energize Your Life, zu diesen Seminaren oder vernetze Dich mit Menschen. Auch in meinen Webinaren ist das möglich, denn die ziehen alle an einem Strang. Die bauen sich gegenseitig auf. Und das weiß ich, weil ich ja in diesen Netzwerken aktiv drin bin. Und es tut einfach gut, wenn Du weißt, es gibt Menschen, die haben erbauende, positive Worte und vor allen Dingen, die ziehen an dem gleichen Strang, wie Du eben auch. Aber ich möchte noch ein paar Worte zum Thema Mentaltraining sagen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, Mentaltraining, ich kann meine Gedanken nicht zur Ruhe bringen und die kreisen Tag aus, Tag ein, nur um diese gleichen Themen. Ja, weil Du Dein Gehirn darauf trainiert hast. Ich habe vor kurzer Zeit ein, wie ich finde, sensationelles Podcast-Interview gehabt mit dem wunderbaren, großartigen Dr. Reinhard Friedl. Er ist der Herzchirurg in Deutschland. Über 3000 Herzen hat er operiert. Und wenn der im OP-Saal gestanden hat und hat Herzen operiert, konnte der zwischendrin mal darüber nachdenken, dass er jetzt noch die Waschmaschine ausräumen muss? Nein. Der war so fokussiert. Und ich habe ihn auch gefragt in diesem Interview, wie geht das denn? Und er hat es genau auf den Punkt gebracht. Es ist alles Training. Trainiere Dich darin ab heute, nicht ab morgen. Trainiere Dich darin zu verstehen, dass Du der Boss bist und dass Du Deinen Fokus auf die Dinge lenken kannst, mit denen Du Dich beschäftigen willst und die Du wie ein Magnet in Dein Leben ziehen möchtest. Und das sind erbauende, bejahende Informationen. Das ist der Kontakt zur Natur. Aber es ist eben auch der Moment, wo Du Dich dafür entscheidest, auch dieses gigantische Instrument der Meditation regelmäßig anzuwenden. Und auch da gibt es ja schon eine ganze Menge Podcasts von mir. Also, auch mentales Training hilft Dir, Dein Immunsystem zu stärken. Warum? Weil Deine Gedanken eben einen unfassbaren Einfluss haben, weil dadurch Emotionen entstehen und die Emotionen für Stress oder eben für positive Dinge sorgen. Und bei Stress, ich wiederhole das nochmal, wird die Immunabwehr getrosselt oder im schlimmsten Fall eben abgeschaltet. Achte also darauf, und das ist die absolut wichtigste Information jetzt heute in diesem Podcast, dass Du die Verantwortung übernimmst für Deine Gesundheit. Du bist derjenige, der für Deine Gesundheit verantwortlich ist. Und wenn Du gesünder wärst, wenn Du auf Deine Ernährung achtest, wenn Du zum Beispiel ausreichend Vitamin D zu Dir nimmst und auch Deinen Spiegel dahingehend auch untersuchen lässt, dass er ausreichend gesättigt in Deinem Körper vorhanden ist, dann bist Du im Übrigen auch solidarisch den anderen gegenüber, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Du dann zur Risikogruppe gehörst, ist geringer oder vielleicht auch gar nicht mehr der Fall. Gesundheit lässt sich aufbauen und Du bist viel, viel mächtiger, als uns da draußen gerade die Politiker suggerieren. Und ich weiß, weil ich diese Erfahrung habe, dass mit einer gesunden Ernährung, mit aber auch Nahrungsergänzungsmitteln, die wichtig sind, aber eben auch mit Sport, mit mentalem Training und vor allen Dingen auch mit Meditation, Gedankenkontrolle, Informationsdetox und so weiter, Deine Gesundheit sich ganz, ganz stark beeinflussen wirst. Und weißt Du, ich könnte Dir jetzt so viele Beispiele geben von mir, von ganz vielen Kunden, von mir, von Menschen, die ich ja viele Jahre begleitet habe, wie mächtig Du wirklich bist. Aber das alles bringt gar nichts, wenn Du anderen mehr Glauben schenkst als, ja, ich sag jetzt mal, Deine eigene innere Stimme aus dem Herzen, die jeden Tag ja wirklich als Impuls mit auf den Weg geben möchte, Deine innere Stimme, die über Dein Herz, über Deine tiefe Intuition zu Dir spricht, diese innere Stimme, höre da mal drauf. Das ist nicht diese Angststimme, das ist nicht diese Stimme, die sagt, Du bist hoffnungslos verloren, das ist diese innere Stimme aus Deinem Herzen, die sagt, tu selbst was, fang Du selbst an. Beginne, die Veränderung zu sein, die Du Dir auch bei anderen Menschen wünschst. Und das schaffst Du, wenn Du Dich mit Menschen vernetzt, die eben so denken wie Du, beziehungsweise die positiv denken, die in dem Moment aber auch, ja, den Mut haben, anders zu denken und die einfach aufhören, ja, sich die ganze Zeit einreden zu lassen, dass sie arme, schwache Menschen sind, die angeblich nichts anderes tun können, als abzuwarten, bis die nächste Booster-Impfung kommt. Das ist mir persönlich einfach zu wenig. Und ich hoffe sehr, dass ich Dich in diesem Podcast ein kleines bisschen motivieren konnte. Denke daran, dass jeder Gedanke, alles was Du isst, wie Du Dich bewegst, wie Du mit Stress umgehst und vor allen Dingen, was Du von der Welt denkst, in jeder Sekunde Deine Immunabwehr und Deine Gesundheit beeinflusst. Du bist mächtiger. Du bist das Wunder. Und wenn Du in dem Moment jetzt die Entscheidung triffst, daran zu glauben, wenn Du in dem Moment die Verantwortung übernimmst, kannst Du Deine Gesundheit und Deine Immunabwehr komplett ins Positive gestalten. Ich wünsche Dir von ganzem Herzen nur das Aller, Allerbeste. Ich wünsche Dir ganz viel Kraft, ganz viel Energie. Denke daran, Du bist nicht alleine. Ich bin von meinem Herzen ganz, ganz, ganz stark mit Dir verbunden, wenn Du das möchtest. Und ich wünsche Dir einen wunderschönen Tag. Von Herzen nur das Allerbeste für Dich. Deine Kerstin